So ihr Lieben, wir sind zurück bei unserem Princess Charming Talk und um hier an diesen Punkt zu kommen, dass ihr jetzt quasi dieses Video sehen könnt, in der Hoffnung, dass es so stattfindet, wie ich es mir vorstelle, weil noch drehe ich ja, war es ein langer Weg. Ich muss mich erstmal bei Jessica bedanken, dass sie wirklich so flexibel war, denn ich werde euch jetzt nochmal so ein bisschen erklären, was passiert war. Ich glaube, da Jessica eine Perfektionistin ist, rutschst du nochmal ein bisschen nach rechts, ein ganz kleines bisschen, bist du noch schöner? Ja, so ist perfekt. Also pass auf, Leute. Wir wollten eigentlich schon am Freitag unseren Talk drehen, ich habe mir ein neues Update auf mein MacBook drauf gemacht, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen bei Instagram, dass es da Drama gab, weil ja, nach dem Update irgendwie nichts mehr ging. Und es geht bis heute nicht. Ich habe meinen alten Rechner jetzt quasi, ja, wie sagt man, in Gang gebracht und muss jetzt erstmal mit der Lösung bis dahin zufrieden sein. Ich merke schon wieder, dass ich hier total panisch werde und ständig hier gucke und scanne, ob alles läuft, ob alles synchron ist, aber ja. Es wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. Gut. Fangen wir mal mit der Folge an. Also, dieses Spiel zum Gruppendate. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich das finde, jetzt auch im Nachgang noch so. Mit diesem... Also dieses Spiel, also es war ja kein Gruppendate, sondern es ist ja darauf hinaus gelaufen, dass es eine Person quasi zum Date kommt, aber die mussten ja dieses Spiel machen. Ja, ich war zum Date. Ja. Das Date, Wynn war ja ein Einzelgespräch. Genau, genau. Ja, der Gewinn weiß ich auch nicht. Also ich finde die Idee mega cool mit dieser Schnitzeljagd, finde ich richtig cool. Auch, dass man noch mal so ein bisschen mehr über sie erfährt, auch wie sie aufgewachsen ist oder keine Ahnung was mit der Kindheit und so, finde ich eigentlich richtig die coole Idee. Der Gewinn weiß ich jetzt nicht, ob das so reizvoll ist, ein Einzelgespräch. Ja, also ich fand auch diesen Weg dahin. Soll ich dir ehrlich sagen, warum ich das auch so komisch fand? Ich sage dir mal ganz offen, weil ich finde so eine Idee von, was wisst ihr über mich, was können wir nochmal so abchecken, finde ich irgendwie cool. Aber ich dachte mir so, such dir doch einfach jemanden raus, an dem du Interesse hast. Vielleicht auch jemanden, mit dem du noch nicht gesprochen hast, weil zum Beispiel iSoon war ja auch da. Da gab es ja auch noch, also würde ich jetzt sagen, kein intensiveres Einzelgespräch. Stattdessen wird einfach irgendwie das dem Zufall überlassen. Das hat natürlich für uns Zuschauer einen gewissen Entertainment-Faktor. Aber du weißt, was ich meine. Da denke ich mir so, ja. Das geht ja eigentlich um Stating. Ja, und es sollte darum gehen, an wem man jetzt ernsthaft Interesse hat, nochmal irgendwie nachzubohren oder halt auch nicht. Das stimmt, vor allem, weil ja auch gesagt wurde, eigentlich hätte ja iSoon wahrscheinlich gewonnen, wenn Elsa da nicht so ein bisschen sich gesneakt hätte, dass sie dann mit iSoon auch nicht gesprochen hat. Ich finde, da hat man schon wieder gemerkt, dass das Interesse an Elsa viel größer ist wie bei den anderen in dieser Gruppe. Ansonsten hätte sie doch mit Sicherheit irgendwie gesagt, so okay, Elsa hat quasi gewonnen. Wir machen das Einzelgespräch zuerst, aber danach will ich mit iSoon noch reden, weil iSoon ja eigentlich gewonnen hätte. Ich finde, da hat man wieder gemerkt, das Interesse ist nicht so da. Ja, das finde ich auch. Ich muss aber auch ehrlich sagen, bei dieser ganzen Sache, ich habe da jetzt nochmal im Nachhinein auch viele Kommentare gelesen, da ist mir so eine Sache aufgefallen, die mir gar nicht so aufgefallen ist, als ich das gesehen habe. Und zwar haben die Leute gesagt, ich weiß gar nicht, ob es iSoon gesagt hat oder ob das Lilly war. Irgendjemand hatte ja beim Abziehen die Lösung gesagt. Zu dem Zeitpunkt hatte die Elsa ihre Lösung noch nicht, also das noch nicht abgezogen, sie wusste es nicht. Und hat sich basierend darauf, dass die anderen das schon gesagt haben, was das Ergebnis ist, ist nochmal spontan umentschieden. Also da finde ich alle Situationen ehrlich gesagt schwierig. Weil warum sagen die das schon laut, wenn noch nicht alle abgezogen haben? Das stimmt und deswegen finde ich das auch, also ich mag, dass iSoon was gesagt hat, weil ich finde, das hat so ein bisschen wieder Action reingebracht, weil ich fand die Folge ehrlich gesagt mega langweilig. Und das war so etwas, was irgendwie so ein bisschen Würze reingebracht hat, dass iSoon da gegen Elsa geschossen hat. Aber ich muss sagen, ich kann Elsa total verstehen, wenn wir ein Spiel spielen oder keine Ahnung in einer Gruppe und alle ziehen schon ab und sagen, ach, B war falsch, C war falsch, dann sage ich doch nicht, ja, ich wollte sowieso C nehmen, ich nehme jetzt trotzdem C. Dann würde ich auch sagen, okay, dann nehme ich das und das auf jeden Fall nicht. Ist doch klar, wer würde das anders machen? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, da kann man jetzt drüber debattieren, aber ich glaube, ich bin da zu 100 Prozent auf deiner Seite. Ich fand es nur auch wieder amüsant, jetzt mal unabhängig davon, dass man gesehen hat, dass Marlene nicht so ein großes Interesse an iSoon hat, muss sich auch schmunzeln, dass sie selbst, ich sage jetzt mal, nennen wir es mal Schummelei, auch wenn es vielleicht keine Schummelei ist. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, kann man jetzt sehen, wie man will, ja. Madeleine hat das ja nicht gesehen, ihr wurde es nur geschildert und ihr wurde es als Schummelei verkauft, dass Madeleine auch das wieder nicht schlimm findet. Ja, aber ich glaube wieder, also klar, das sind wir wieder bei diesem einen Thema, die Befleser, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sie, wie gesagt, eigentlich an Elsa Interesse hatten, bei den anderen ist das Interesse nicht so vorhanden. Weil ansonsten, wenn du mir sagst, es wurde geschummelt und ich weiß ja, wie du schon sagst, sie wusste ja gar nicht, inwiefern hat sie geschummelt, was für eine Art Schummeln ist, ich finde, das spielt auch nochmal eine Rolle. Würde ich doch sonst sagen, dass iSoon auf jeden Fall ein Gespräch auch bekommt. Ja, ich habe das dann, ja, ich finde auch, also, habe ich das jetzt irgendwie falsch in Erinnerung? Jetzt mal ganz ehrlich, es gab doch wirklich nur dieses intensive Einzelgespräch mit Elsa, weil sie ja quasi diese Challenge gewonnen hat, richtig? Also, ich weiß nicht, vielleicht war das auch wieder der Schnitt, kann schon sein, dass die anderen in der Gruppe vielleicht gesprochen haben, also viel mehr gesprochen haben und dann einfach mit Elsa, dass die dann weggegangen ist. Aber was wir ja gesehen haben, ist die ganze Schnitzeljagd, der Gewinn ist, du darfst mit mir ein Einzelgespräch führen. Ja, und das finde ich halt komisch, aber pass auf, was ich cool gefunden habe, also, ich finde, das Käse, jetzt werden die Leute wieder sagen, ja, aber das macht ja die Produktion und ich sehe, ja, das ist mir schon klar, aber in dem Moment, wo du ja quasi dein Gesicht dafür hergibst, kannst du ja auch sagen, du, pass auf, Leute, ich will das minimal anders machen oder anders kommunizieren. Wenn ich nicht, hätte ich ja sagen können, pass auf, ich wollte dadurch herausfinden, wer mich am besten kennt, wer mir am meisten zugehört hat, deswegen kriegt diese Person das erste Einzelgespräch, aber ey, mit euch habe ich auch noch nicht viel Zeit gebracht, mit euch rede ich natürlich auch noch. Das, du weißt, was ich meine, das so ein bisschen als Oberthematik. Ich bin auch, also, ich weiß aber auch, dass sich generell viele jetzt so ein bisschen aufregen durch diese Dynamik, die durch Elsa entstanden ist. Ich muss ja sagen, ich finde das ganz amüsant, aber ich weiß, viele stört es auch. Ja, da wollte ich dich auch fragen, wie du das so findest, weil du Elsa ja auch privat kennst. Sie meinte, bevor die überhaupt losgefahren sind, dass sie ja quasi nicht da ist, um Freunde zu finden und es ist ihr ja scheißegal, was die anderen denken. Ähm, wie du das so siehst. Ich finde generell, pass auf, und das sage ich jetzt, das kann man mir natürlich unterstellen, ich sage das nur im Interesse von Elsa. Also, ich finde die Aussage generell erstmal legitim. Also, bedeutet, du gehst in dieses Format, um im besten Fall eine Partnerin zu finden und alles andere ist Zusatz. Wenn du da drin eine Bezugsperson findest, ja, das ist wie jetzt beim Interview als Beispiel. Als wir damals unser Interview geführt haben, du warst damals mit eines meiner Ersten, ja, das weiß ich nicht, das war 2017 oder so, haben wir ja trotzdem über die ganzen Jahre Kontakt gehalten und uns auch öfter mal gesehen, weil wir einfach einen Vibe hatten. Diesen Vibe habe ich nicht mit allen. Und so, finde ich, ist es auch in der Show. Es ist nicht das Ziel, das heißt, mach dein Ding, mach, was du für richtig hältst. Es ist nicht wirklich relevant, was die anderen darüber denken. Aber du solltest natürlich trotzdem für deine eigene mentale Gesundheit und für natürlich die Gruppensituation vielleicht schon so ein bisschen darauf achten, dass, ich sage jetzt mal, dass die Harmonie irgendwie da ist, weil wir, das müssen ja alle da leben. Nichtsdestotrotz, mein Interview mit Kim letztens, ja, hat ja auch nun, da hat sie ja gesagt, dass sie viel mehr auf die anderen geachtet hat und dass das unter anderem ein Grund war, warum sie eigentlich mit Madeleine nie so wirklich gesprochen hat, weil sie sich mehr um die anderen gekümmert hat. Und das kann halt auch nicht die Lösung sein. Insofern finde ich die Aussage von Elsa nicht so falsch. Ich muss auch sagen, ich finde es mega unterhaltsam auf der einen Seite, als Zuschauerin das zu sehen. Auf der anderen Seite finde ich es mutig von Elsa, weil man braucht ja immer so eine Bezugsperson, oder ich brauche auch immer so eine Bezugsperson in der Show, weil du bist ja sonst voll lost irgendwie, weil ja alles neu ist und überfordert sein kann. Und ich finde es mega mutig, dass sie so sagt, ich scheiß drauf. Ja, ich finde es eigentlich richtig cool und das macht ja auch wieder das Ganze ein bisschen spannender. Und sie hat ja auch recht, man ist nicht da, um Freunde zu finden. Wie jetzt Kim gesagt hat, dass sie auf die anderen achtet, ist ja schön und gut, hat vielleicht Freunde gefunden, aber hat sie was gebracht? Nein. Nein. Ich glaube, der Punkt ist aber auch, und das muss man jetzt auch nochmal sagen, und ich weiß jetzt nicht, ob ich da aus dem Nähkästchen plaudere oder so, aber das haben die Kandidatinnen ja jetzt auch schon so oft bei Instagram gepostet, der Drehzeitraum ist dort auch noch sehr überschaubar. Also wie lang ist, wenn jetzt, ich sage mal angenommen, Elsa kommt bis zum Ende, ja, oder ist ja jetzt egal, alle, die noch dabei sind. Wenn du bis zum Ende dabei bist, würde ich sagen, sind das noch maximal, also sind das von Folge 4 an, wo sie gekommen ist, maximal sieben, acht Tage noch. Also das ist ein bisschen mehr als eine Woche. Das kann man schon ohne Bezugsperson aushalten. Generell gehe ich aber mit dir mit. Ich wäre auch eher jemand, der so eine Bezugsperson in jedem Fall braucht. Wie siehst denn du diese Situation mit Nina? Also jetzt gab es ja dieses Einzeldate, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das einschätzen soll. Das Übernachtungsdate? Ja. Ich bin so ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite fand ich es richtig süß, weil man schon gemerkt hat, dass Interesse von beiden irgendwie da ist. Ich finde, diesen Vibe, die die immer beschreiben, spüre ich nicht so, oder ich sehe das nicht so. Das ist nicht so. Nein, das ist falsch. Also klar, da ist was da, aber die sagen, das sei so ein Vibe, und dies, das, und ich spüre das nicht. Das kommt irgendwie nicht so ganz an, oder dass dieser Vibe so intensiv ist, wie die beschreiben, fühle ich nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall, das Interesse von beiden ist schon da. Ich würde es genauso unterschreiben. Also ich sehe auch, da ist irgendwie, da ist irgendwie, da ist was, aber ich spüre nicht diesen krassen Vibe, wie, keine Ahnung, es gab ja viele andere Staffeln, ob jetzt Bachelor, Bachelorette, Princess Charming, Prince Charming, da gab es manchmal Staffeln, zum Beispiel Prince Charming Staffel, Kim und Maurice. Diesen Vibe habe ich von Anfang an irgendwie gespürt, und ich spüre das hier nicht. Ich spüre, dass sie sich nett finden, aber ich muss sehr ehrlich sagen, diesen krassen Vibe, den ich spüren möchte, wenn ich so eine Show angucke, spüre ich in dieser Staffel bei niemandem. Ich sehe einige... Ich auch nicht. Genau. Gar nichts, gar nichts. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist in der Folge, also gerade davor war ja immer so ein bisschen das mit Daisy, hat sie auch gesagt, sie ist ein bisschen die Favoritin. Ich finde, ich sehe jetzt Elsa als Favoritin von Madeleine, weil sie auch meinte, als Elsa gesagt hat, ich kriege alles, was ich will. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Oder das, was ich will, das bekomme ich auch. Da meinte Madeleine auch so, sie findet es schade, dass sich Elsa so sicher ist und will ja auch nicht, dass sie sich so sicher mit der Entscheidung ist, dass sie so unter den, weiß ich nicht, den Top-2 ist oder so. Das fand sie so ein bisschen schade, weil sie möchte schon, dass Elsa um sie kämpft. Und da merkt man wieder, sie findet Elsa ganz gut. Ja, ich finde, man merkt das auch. Und ich finde, man merkt auch so ein bisschen, wo es jetzt irgendwie so ein bisschen abgebaut hat. Also, wie gesagt, ich habe bei niemandem den krassen Vibe, aber ich finde jetzt zum Beispiel bei Nathalie, ich weiß, das ist jetzt so ein super komplexes Thema, für dich darüber zu sprechen, das ist deine Ex-Freundin, für die, die das jetzt vielleicht auch das erste Mal sehen. Wir kommen jetzt nicht drumherum. Beim letzten Mal habe ich dich ein bisschen versucht zu umschiffen. Das ist jetzt so ein großes, präsentes Thema gewesen, auch gerade in den Kommentaren, natürlich noch in den Social-Media-Plattformen da, dass der Vibe, glaube ich, bei Nathalie ein bisschen vorbei ist. Sie hat ja auch selber gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass in den Gesprächen, dass sich gerade eher in eine andere Richtung entwickelt. Ja, ich habe eher das so leichtes Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen genervt ist. Ich weiß es nicht. Also, sie meint ja irgendwie, als im O-Ton, also quasi, wo sie alleine vor dem Bildschirm sitzt, wo sie die interviewt haben, kam bestimmt irgendwas mit Frage Nathalie, weil sie ja die Frage dann so aufgerufen hat, so, ah, Nathalie. Also, es war nicht so ein, ah ja, Nathalie, weißt du, wie ich meine, sondern eher dieses so, ah, das fand ich ganz amüsant. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, also, das muss ich jetzt aus beiden Perspektiven mal besprechen. Ich habe ja jetzt zuletzt auch ein Q&A gemacht, wo mich Leute gefragt haben, wie ich ein erstes Date angehen würde. Und da habe ich gesagt, dass ich für mich von Anfang an so relevante Fragen abklappere, was Lebenseinstellungen für die Zukunft generell betrifft. Jetzt hat ja die Nathalie nun schon sehr ausdrücklich gesagt, dass sie als Beispiel einen Kinderwunsch hat. Und das in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ich glaube, das war diese Zeitspanne. Das ist ja nun bei Madeleine nicht so. Das wissen wir. Ich finde schon alleine unter diesem Aspekt, muss ich dir offen sagen, finde ich es immer komisch, dass Madeleine trotzdem so sehr krass interessiert daran ist, weil das für mich der wichtigste Punkt ist, der einfach gar nicht passt. Ja. So, das ist der erste Punkt. Ich weiß ja nicht, inwiefern die darüber gesprochen haben, weil so wie ich Madeleine jetzt einschätze, ich kenne sie nicht, aber wie ich sie in den Folgen jetzt wahrnehme, ist sie ja schon meiner Meinung nach jemand, der so ein bisschen das sagt, was man vielleicht hören möchte. Und ich glaube nicht, dass sie das so gesagt hat. Das ist mir auf jeden Fall zu früh. Ich will noch nicht in zwei, drei Jahren Kinder haben. Ich glaube eher, dass sie das vielleicht so ein bisschen ausgewichen ist in der Frage. Vielleicht wollte sie auch ausweichen. Ich weiß es nicht. Aber dass zum Beispiel dieses präsente Thema, was für Nathalie ja so wichtig ist, dass sie vielleicht da meinte so, ja, finde ich gut, dass du das so sagst. Und dass sie ihre Meinung dazu wie gar nicht gesagt hat, weil das ist so, wie ich Madeleine in den letzten Folgen wahrgenommen habe, dass ihre Meinung sagt sie eigentlich selten. Ja, das stimmt. Ja, ja, ist okay. Aber ob sie es wirklich gut findet oder nicht gut findet, hört man irgendwie nicht. Das stimmt. Und sie hat, glaube ich, in der Situation auch nur so was gesagt wie, oh, das ist aber sportlich. Das habe ich natürlich interpretiert als ihr nicht. Was ich auch insofern nachvollziehen kann, weil die erst 23 ist. Ich habe aber auch den Eindruck, dass der Zug ein bisschen bei Nathalie abgefahren ist, insofern, dass ich irgendwie das Gefühl habe, und das habe ich schon mal gesagt, ganz am Anfang, dass es irgendwann ihr zum Verhängnis werden kann, wenn der Eindruck entsteht, dass sie auf dieser Ebene nicht weiterkommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich beide immer sehr im Kreis drehen. Nathalie ist ja irgendwie auch sehr zurückhaltend. Und jetzt hat sie sich natürlich auch ein bisschen ein Eigentor geschossen, dass sie dann über die anderen so ein bisschen gesprochen hat. Also, dass sie dann gesagt hat, ja, wie würdest du das finden, wenn andere rumknutschen und so? Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich ja irgendwie das alles neutral betrachten möchte, neutral darüber reden möchte. Kannst du in der Situation nicht. Und ich glaube, das verzeihen wir dir auch. Ja, ich fand es einfach so ein bisschen lustig, weil ich ja Nathalie kenne, wie sie das dann wieder so verkauft hat. Und sie hat ja gefragt, ich glaube, der ungefähre Wortlaut war ja, wie würdest du es finden, wenn die Leute in der Villa knutschen? Sie hat ja nicht gesagt, wenn ich knutsche, das weiß ich. Sie hat ja gesagt, wenn die Leute so auf die anderen bezogen. Und dann hat sie ja quasi noch gefragt, irgendwie, was habe ich verpasst? Und irgendwie so war das. Und dann meinte sie ja noch so, ja, gestern, als du das Einzeldate hattest, also sie hat das eigentlich schon erzählt und verkauft es dann wieder so bei den anderen, also Nathalie ist Profi darin, dass sie ein Thema bei den anderen, also sie erzählt was und dann, wenn es um diese Person geht, wo das so war, erzählt sie so ein Prozent davon und die 99 Prozent, die eigentlich wichtig wären zu wissen, lässt sie weg. Und das hat sie jetzt wieder gemacht. Mit diesem, nee, nee, habe ich so nicht gesagt, ich habe gefragt, wie das wäre, wenn ich jemanden küssen würde in der Villa. Was ich so geil fand, als Melanie meinte, wenn es so ist, ist es okay, wenn es anders wäre, dann bist du eine B***er. Ich finde das so geil. Das, was du jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung gesagt hast, da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen, deswegen lasse ich das jetzt auch einfach so unkommentiert stehen. Ich glaube, das Ding ist, dass Nathalie das wahrscheinlich, glaube ich, generell erst mal Madeleine schon mit einer bestimmten Intention gesagt hat, dann kam, dann kam aber nicht vielleicht die Reaktion drauf, die sie erwartet hat, dann musste sie das irgendwie gerade biegen, in Anführungsstrichen, vor der Gruppe und hat dann natürlich realisiert, schon anhand der Reaktionen, dass wenn sie jetzt die Wahrheit sagen würde, dass das nicht gut ankommt. Das stimmt. Und deswegen... Da musst du für dich halt einschätzen, willst du in der Gruppe gerade gut ankommen, in dem Moment, was die Zuschauer, aber in dem Moment, klar, Monate später, aber gefühlt in diesem Moment gerade mitbekommen und die Gruppe sieht es ja aber danach auch, wie es wirklich war. Musst du halt selber einschätzen. Ja, ja, ja. Voll. Ich glaube, also ich habe ja mit Steffi ein Interview gedreht, sie war so schockiert darüber, als sie das gesehen hat, sie wusste das ja auch nicht, das wurde ja anders verkauft und ich glaube, das war einfach so ein Schutzmechanismus, weil sie, glaube ich, in dem Moment realisiert hat, dass diese Thematik, so wie sie es angesprochen hat, glaube ich, einfach nicht gut in der Gruppe ankommt. Klar, sie kam aus der Nummer nicht mehr raus, weil es war ja schon ausgesprochen und dann hat sie wahrscheinlich diese, nennen wir es einfach, es war eine Lüge, sie hat gelogen. Fertig. Also ich meine, da gibt es auch nichts schön zu reden. So, fertig. Genauso wie jetzt Elsa gesagt hat, in der Situation, in einer anderen Situation, aber in einer ähnlichen, es gab keinen Kuss, obwohl es einen gab. Ist nicht die Wahrheit. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob Elsa dazu gezwungen ist, das zu sagen, finde ich jetzt generell nicht. Das stimmt, ja. Aber kann man jetzt nicht vergleichen, weil die eine... Genau, ich finde, das ist aber wieder was anderes. Klar, es ist weitest eine Lüge. Ich will das überhaupt nicht gut reden, Lügen sind nie gut. Es ist aber, finde ich, meiner Meinung nach was anderes, wenn es eigentlich nur mich betrifft, weil es ein Kuss ist, der zwischen mir und einer Person stattgefunden hat, was dich ja eigentlich gar nichts angeht. Ja. Oder wenn es ein Thema ist, wo ich dich verpetze bei der Person, wo du gerade... Was heißt verpetze? Aber wo ich dich ja irgendwie schon gerade wie schlecht spreche bei der Person, die du kennenlernen möchtest. Und sie sagt ja noch, das ist eure Aufgabe, es ihr zu sagen, was auch so ist. Das ist auch deren Aufgabe. Aber sie hat das ja schon davor gemacht. Ich glaube... Ja, ja. Na, ich bin total bei ihr. Ich glaube, sie hat auch ein bisschen so, was sie, glaube ich, vergessen hat. Sie hat es aus ihrer Perspektive gesehen, dass sie ja dann nicht knutschen will und dass sie das als Beispiel problematisch findet. Aber die Madeleine ist ja eine, die selber relativ schnell rumknutscht. Und warum sollte sie ein Problem damit haben? Und jetzt mal noch, sage ich mal was noch ganz krasses. Sie hat bezogen auf die meisten Kandidatinnen dort sowieso kein Interesse. Elsa hat nicht geknutscht, an der sie Interesse hatte, fällt raus. Nathalie hat nicht geknutscht, an der sie Interesse hätte oder noch hat, weiß man nicht. Hat Nina geknutscht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee. Auch nicht geknutscht, ist auch raus. Elena? Auch nicht. Auch nicht. Ja gut. Und alle anderen sind ihr eh egal. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Natürlich kann ich jetzt nicht einschätzen, ob Nathalie das genauso das Interesse von ihr wahrnimmt, wie wir als Zuschauer. Wir als Zuschauer haben das natürlich leichter. Aber sie hat sich ja schon ein sicher gefühlt. Sie ist ja von diesem, ich glaube, Folge 3 hatte sie das Einzeldate mit ihr. Nicht Übernachtung, aber auch am Abend. Hatte sie ein Date mit ihr und dann ist sie zurückgekommen, wo sie sie nicht geküsst hat und meinte so, die will mich. Wo ich mir auch denke, sie hat ihr ja auch, ich glaube, in Folge 2 gesagt, dass sie ja gerne feiern geht und dass sie gerne auf Fetischpartys geht. Heißt, sie ist ja sehr offen. Ich meine, du gehst ja in der Regel nicht auf eine Fetischparty, um die Wand anzuschauen. Ja. Also weißt du, wie ich meine. Und dann mit diesem Rumgeknutsche, dass dann, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin mir auch sicher, wären Leute dabei gewesen, die Nathalie optisch entsprochen hätten, hätte sie da auch auf jeden Fall mitgemacht. Das Ding ist halt auch einfach, dass er, wie ich gerade schon gesagt habe, dadurch, dass ja Madeleine selber rumknutscht, und ich auch das Gefühl habe, dass bei Madeleine ein Rumknutschen nicht diese krasse Priorität hat, wie ich das jetzt werten würde oder wie das vielleicht Nathalie einstuft, weil sie hat es ja viel höherwertig eingestuft und hätte sie das ja nicht gesagt. Gut, aber ich glaube auch wieder, weil sie ja so reagiert hat, als sie erfahren hat von dem Kuss zwischen Daisy und Alena. Kann sein, dass sie sich dachte, okay, wenn das ja quasi schon, gut, ich weiß gar nicht, das ist ja irgendwie gar nicht gecheckt, dass ihr nicht so gut ging. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ihre Intention ja nicht, ja, ich sage das mal, damit sie einfach nur Bescheid weiß, sondern die wollte ja schon, dass sie in eine Richtung lenken. Ja, klar. Klar. Die merkt natürlich auch, die Zeit wird kürzer und wie ich auch schon gesagt habe, irgendwann muss ein bisschen mehr kommen und sie treten auf der Stelle. Ich fand es in dem Sinne nur für sie schade, erstens, weil sie sich, ja, weil sie die Zeit nicht für sich genutzt hat mit Madeleine, um einfach mal eine andere Ebene zu erreichen in Gesprächen. Also ich glaube, da gibt es noch viel. Aber da muss ich wieder sagen, ich glaube, der Ansatz fand ich eigentlich schon nicht verkehrt, weil du weißt ja nicht, wie viel Zeit du hast. Klar, wir wissen jetzt beide, da ist nicht viel Zeit und vor allem jetzt ich war auch wieder auf Nathalie bezogen, sie hat nicht mehr viel Zeit, sie muss Gas geben, aber im ersten Moment finde ich das nicht verkehrt zu denken, okay, ich will das Ganze langsam angehen, ich will sie auf einer anderen Ebene kennenlernen, ich will sie vielleicht nicht direkt küssen, ich will das Step by Step machen, finde ich jetzt kein verkehrter Ansatz. Ich würde im echten Leben auch nicht sagen, hey, ich bin Chessy, komm, lass rummachen. Ich kann es verstehen, aber es sind halt andere Gegebenheiten, also sie muss halt aus sich rauskommen, du hast halt nicht, du kannst nicht sagen, lass mal morgen um 17 Uhr einen Kaffee trinken gehen. Ich finde jetzt auch nicht, dass der nächste Step jetzt sein sollte oder sein muss, dass sie jetzt knutschen muss und mithalten zu können, das finde ich nicht, aber wenn ich meine nächster Step, dann meine ich sowas wie, dass man ja auch einfach die Gespräche auf ein anderes Level bringen kann, um sich einfach irgendwie ein bisschen besser kennenzulernen. Stattdessen wird darüber debattiert, wie Madeleine das findet, wenn andere rumknutschen, was ja erstens keine Relevanz hat, bezogen auf Nathalie selber und dass sie ja sowieso noch Leute betroffen hat, an denen sie eh offensichtlich kein Interesse hat. Also ich meine, okay, aber gut und jetzt hat natürlich, also was mir jetzt ehrlich gesagt im Nachgang am meisten leidut, weil ich glaube, dass Nathalie eine Person ist oder was heißt nicht Nathalie, ich würde wahrscheinlich am meisten so gehen, aber bei ihr schätze ich sie so ein, dass es ihr schon schwer fällt, dieses Feedback jetzt im Internet zu bekommen und ich erinnere mich auch daran, dass ich glaube ich letzte Woche gab es auch schon so ein Feedback, da hat sie ihn auch gepostet, ja, ihr habt nicht alles gesehen, ihr seht immer noch Bruchteile, ja gut, aber das ist halt part of the deal, das ist halt das Problem, ne? Also klar, die Leute bewerten das, was sie sehen. Aber ich glaube schon, dass ihr das bewusst war, weil ich ja auch mit ihr bei meiner TV-Erfahrung gesprochen habe, bevor sie zu Prinzess ist und auch als ich wusste, dass sie zu Prinzess geht und ihre damalige beste Freundin, Maria, die war ja in der letzten Staffel dabei, also sie weiß schon in etwa, worauf sie sich einlässt und ich weiß auch, dass viele Leute ihr gesagt haben, dass sie sich vielleicht so ein bisschen mit manchen Kommentaren zurückhalten soll. Ja, macht sie ja auch eigentlich. Ja, sie wusste auf jeden Fall, wie sie bei gewissen Leuten ankommt und dass sie vielleicht sich ein bisschen zurücknehmen muss und dass, wenn es Kritik gibt, dass die Leute auch sehr unschöne Sachen dir schreiben, vor allem übers Internet. Im echten Leben ist das ja kaum der Fall, aber im Internet sind die Leute ja immer selbstbewusster. Total. Ja, Ja, ich finde ja auch, ich finde ja auch, dass sie sich generell eher als sehr zurückhaltend präsentiert und dass sie diese Situation mit, ich schwärze jetzt mal die anderen an mit dem Kurs, das für sich falsch eingeschätzt hat. Sie dachte, sie sammelt Pluspunkte bei Madeleine, sonst hätte sie es ja nicht gesagt. Ich glaube auch, dass sie dachte, sie sammelt Pluspunkte bei den anderen, so nach dem Motto, guck mal, ich habe nicht mitgemacht und guck mal, die anderen knutschen, die haben gar kein Interesse an Madeleine, du weißt, was ich meine. Und jetzt ist das ganze Ding natürlich nach hinten losgegangen. In der Sendung, im Feedback der Kommentare, ja, durch die Community und durch die anderen Kandidatinnen, die jetzt natürlich die Wahrheit sehen. Cool. Ich finde, das kann ja auch gut ankommen, aber wenn du merkst, dass die Person schon sehr auf Nähe aus ist und sie das nicht nur, ich finde bei Madeleine, man merkt es nicht nur an ihrem Verhalten, sie sagt es auch. Sie sagt, es ist ihr wichtig. Dann muss ich bei dieser Person nicht auf, ach, ich halte mich jetzt zurück mit dem Kurs. Also weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie schon klar. Die Person will das, die braucht das. Wenn ich mich dann so zurücknehme, schwierig. Ich weiß, was du meinst. Dann war ja eigentlich auch nur noch der Exit. Ja. Also der Exit war das große Thema. Vorher gab es noch diesen Kuss mit Steffi, dann musste sie aber plötzlich trotzdem danach gehen, was irgendwie auch nochmal Beweis, dass der Kuss keinerlei Wertigkeit hat, um diese Thematik nochmal abzurunden. Also da muss ich halt ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Muss ich dir wirklich sagen, weil ich finde, wenn man für sich einschätzt, dass der Kuss jetzt, ich kusche mal hier, mal da, ist total okay, habe ich kein Problem mit. Aber ich finde, das für sich so einzustufen und auch im Prinzip auf andere zu übertragen, und das hat sie in dem Moment gemacht, wo sie Steffi geküsst hat und sie danach rausgeworfen hat. Also weißt du, ich meine, sie wird ja an diesem Abend schon gewusst haben, dass Steffi für sie keine ist, die sie weiter dabei haben will. Das finde ich ein bisschen schade, das hat auch Steffi ein bisschen kritisiert. Ich kann es voll verstehen und ich mag Steffi richtig gerne. Ich finde es super schade für sie, dass nicht mehr von ihr gezeigt wurde, dass sie nicht länger dabei war, dass man mehr von ihr sehen konnte, sie quasi besser kennenlernen konnte. Aber da muss ich wieder sagen, kann ich Madeleine voll verstehen. Nicht wegen Steffi, gar nicht. Es geht mir nicht um die Person, es geht mir um die Tat, dass ein Kuss gefallen ist und dass es nicht geweibt hat und dass man dann quasi rausgeschickt wurde. Ich kann das verstehen, weil ich glaube, ich würde es genauso machen. Echt? Wenn ich sage, ja, wenn ich sage, ich brauche einen Kuss, um zu merken, ob es vibet oder nicht, beziehungsweise ich hatte nicht den Eindruck, dass es bei Steffi und Madeleine geweibt hat, unabhängig von dem Kuss. Ich hatte nie das Gefühl, dass die irgendwie am Flirten sind. Null. Und wenn du dann noch küsst, dann auch da, ich fand den Moment auch nicht romantisch oder süß, und ich dachte so, oh, die küssen sich gar und ich dachte mir so, wow, irgendwie weird, dass die dich gerade küssen. Und also ich habe auch da, wie gesagt, bei allen irgendwie nichts gespürt, aber auch da, ich fand es irgendwie eher komisch, als dass ich mir dachte, ach, schön. Und wenn es dann nicht vibet und es eh irgendwie nicht knisternt zwischen uns und der Kuss dann auch noch nicht überzeugt, dann würde ich dich auch nach Hause schicken. Ja, aber jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen, wenn du das so reingeworfen warst. Diese Frage stelle ich mir jetzt. Und ich weiß, jeder Mensch ist anders und reagiert und geht damit auch anders um. Das ist auch total legitim. Aber wenn ich schon ohne einen Kuss mit niemandem einen Vibe habe, also nicht mal im Ansatz, dann sage ich dir aus meiner Perspektive, dann will ich die Person auch gar nicht küssen, weil wofür? Wenn im normalen Alltag kein Vibe da ist, wird doch jetzt nicht nach einem Kuss ein Feuerwerk der Gefühle entfachen und plötzlich ist auch darüber hinaus der Vibe da, der vorher nicht da ist. Ich verstehe, dass ein Kuss wichtig ist, um zu gucken, was fühle ich. Weil manchmal hast du ja einen Vibe in der Person und dann küsst du die und dann merkst du vielleicht, irgendwie ist es magic, aber umgedreht finde ich es halt. Weiß ich nicht. Du, kann alles anders sein, aber ich fand diese Reihenfolge halt krass. Klar, das ist auch, glaube ich, einschüchternd für die anderen, die noch dabei sind, weil ich, wenn ich jetzt dabei gewesen wäre, würde ich mir auch denken, ah, okay, die haben sich geküsst, auch nicht gemasht. Wenn ich sie jetzt auch küsse, das möchte ich auch nicht, fliege ich auch raus und du machst ja in der Regel mit, um möglichst lange dabei zu bleiben, würde ich dann auch denken, okay, vielleicht küße ich sie dann lieber nicht. Aber ich kann Madeleine verstehen und ich hätte es genauso gemacht. Vor allem, ich fände es auch komisch, wenn sie jetzt das Feedback gibt, so, ja, sie hat sie, glaube ich, gesagt, der Kuss war schön, aber sie hat einfach nichts gespürt. Ich glaube, das waren ihre Worte oder ihre Beschreibungen zum Kuss. Hätte ich, ich als Zuschauerin, die das ja alles so kritisch unterfrage, hätte mich dann wieder genervt, wenn sie gesagt hätte, boah, es weint nicht, aber ich lasse sie mal drin bis zur nächsten Folge, bis Folge 6. In Folge 6 rede ich wieder gar nicht mit ihr, wie das mit Kim und dann schmeiße ich in Folge 6 raus. Dann hätte ich mir jetzt wieder gedacht, boah, ganz ehrlich, hättest du sie auch davor rausschmeißen können. Okay, also das ist ein Argument, kann ich nachvollziehen. Ja. Deswegen, ich hätte, ich glaube viele nicht, aber ich hätte auch, so gemacht. Ja, ist ja auch, nee, ist ja auch in Ordnung, weil wie ich ja gesagt habe, jeder agiert ja anders damit. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die Situation von Steffi bezogen, weil sie halt im Interview auch so ein bisschen erzählt hatte, dass das für sie so ein krasser Schock war, weil als sie den Kuss bekommen hat, hat sie mir gesagt, war sie sich so 100% sicher, dass sie weiter ist. Und damit wollte ich eigentlich nur noch mal, ja. Ich glaube, dass ich wäre mir auch sicher gewesen und hätte ich es nicht gewusst, dass von den Erzählungen her halt, dass sie geht. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie geht nach einem Kuss. Aber deswegen finde ich es ja auch wieder als Unterhaltungsfaktor für die Zuschauer wieder spannend, weil wie gesagt, ich fand, generell die Staffel haut mich jetzt nicht um, ich finde es nicht wirklich spannend. aber das ist wieder etwas, wo ich mir dachte, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, und deswegen finde ich es jetzt wieder schwierig, weil ich sage jetzt einfach mal was, was wahrscheinlich als nächstes bald passieren wird. Also ich meine, dass eine Gabi nie gezeigt wird. Ist ja allen schon aufgefallen, ich habe total vergessen, dass sie noch dabei ist, dass die auch mit als nächstes fliegen wird. Steffi ist ja rausgeflogen und Lynn. Ja. Ich habe, als ich geguckt habe, ich musste noch mal nachfragen, wer noch mal rausgeflogen ist, weil ich es wieder vergessen habe, weil sie einfach nicht gezeigt wurde. Ja, und das ist bei Gabi genauso. Ja, absolut. Damit weiß man ja auch schon, ich finde, damit nimmt sich das Format auch ein bisschen die Spannung raus, weil wir natürlich sofort wissen, die ist eh auf der Exit-Liste. Ja, man weiß, also nicht man weiß, weil wir wissen es ja noch nicht, aber ich denke, oder wir haben es ja im Gefühl, wäre es so Platz 1, 2, 3, 4, also man weiß schon so ungefähr, wer könnte weit kommen. Ist einfach so. Welche für mich, also außer ich vergesse jetzt jemanden, und ich kann das auch noch mal ganz kurz abgrenzen. Nehmen wir mal Top 4, bleibe ich dabei. Top 4 ist Elsa, Nina, Nathalie und Elena. Ich glaube, Nathalie würde ich aber ganz nach unten setzen. und alle anderen fliegen im Lili-Exit, Aisun-Exit, Gabi-Exit. Was ich voll schade finde, weil sie mit den Leuten gar nie gesprochen hat. Ja, sie hat nie rausgefunden. Man hat es nicht gesehen. Man hat es nicht gesehen, dass überhaupt eine Unterhaltung stattgefunden hat. Total, aber das macht es doch für uns als Zuschauer, in Anführungsstrichen, total unspannend, weil sie jetzt, also... Das hinterfrage ich dann wieder, wieso sind das die Top 4, wenn mit 2 davon irgendwie auch kaum mehr was stattfindet, beziehungsweise wenn was stattfindet, das ist eher ins... nicht Negative, aber nicht, oh, die Person ist so toll. Du meinst, lass mich raten, du meinst ja mit Nathalie und Elena. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Also das finde ich einfach so vom... Klar, es gibt immer mehr Gespräche, als die gezeigt werden, aber ich finde es vom Storytelling her dann ehrlich gesagt auch schwierig, weil der jetzt, wie gesagt, in der nächsten Folge fliegt, liegt ja auf der Hand. Oder es passiert halt noch richtig viel mit den beiden jetzt in den nächsten Folgen, weil Stand jetzt würde ich mir denken, kann man vorspringen bis zum Finale, weil auf... Für mich im Finale steht Elsa und Nina, weil mit den anderen war ja nichts. Ja. Also es muss ja noch was passieren, dass es irgendwie ein bisschen, dass ein bisschen Action reinkommt, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute die Favoriten sind. Oder dass vielleicht Elsa und Nina vielleicht auch uns ausschießen. Ja, also sagen wir es mal so, Nathalie stand jetzt, außer sie würde sich von ihrer Person her um 180 Grad drehen, ja, ist keine Finalkandidatin. Ja. Aber sie studiert ja auch Psychologie. Vielleicht kann sie ja noch den Switch hinbekommen. Das kann sein. Das kann sein. Ich würde sagen, wir belassen das erstmal an dieser Stelle. Der Talk war für mich ja heute hier eine große Herausforderung. Einmal, weil ich natürlich dich dieses Mal nicht davon kommen lassen konnte. und zweitens, weil ich die ganze Zeit... und sich mit dem Macbook. Und wenn mein Macbook, das kreist wirklich, liebe Leute, ich kann euch sagen, ich bin im Grunde auf heute Morgen schon schlecht gelaunt aufgewacht, weil ich ja trotzdem noch weiß, dass ich das lösen muss. Und ich weiß nicht wann. Ich würde dir auch so gerne helfen. Ich habe mir leider gar keine Ahnung davon. Ja. Gut, Leute, schreibt uns auch eure Meinung in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und wir verabschieden uns und sagen, bis zur nächsten Runde. Ja, vielleicht wieder mit dem alten Macbook. Wir werden sehen in diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Tschüss.